ARD Text im Auftrag von Funk Anastasia Depp. Tipptopp ist ESO-K, Premier League, Bundesliga. Gummermeisterschaft. Hättest mir 100% alles richtig getippt von dem Match. ARD Text im Auftrag von Funk Wie meinst du, dass du den Cup-Sieger 2015 vor uns sagen? Ja, ganz einfach. Zwei Fanodart tun. Da wirst du nicht fressen. Der gewinnt. Gell. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja, das müssen wir gleich ein bisschen gewollt haben. Habt der Grimpedersag. Jawohl Anastasia. Ja, komm mal, zeig mal. Hei, hei, das kommt gut. Jawohl. Ja, das ist definitiv. FC Siak, Cup-Sieger 2015. Jawohl, yeah. Grüezi. Ja, die haben mir die letzten Tage angelegt. Obst du hier eine Familie und Kühe könnten? Ich wollte hier einen Film machen. Und dann habe ich gedacht, ja, nicht immer Nein sagen. Dann haben sie gesehen, dass sie in Ordnung kommen sollen. Ruhe bitte. Und eins wäre alle mal. Die Kühe müssen jetzt zu diesem Scheiss fahren mit den 13 Sternen. Ja, zwei Stunden geht das natürlich. Kannst du da nicht Make-up oder so ein Fresser schmieren? Das ist mit Haaren. Aber das gibt es nicht. Aber das gibt es nicht. Das erfahrt nicht. Die Aufgabenstellung ist eigentlich von Anfang an ziemlich klar gewesen. Schau einfach, dass hier zum FC Siak vorne kommt, um alles zu erfahren. Ja, ja. Ich habe eine Nähringer-Kühe gesucht mit parasyntetischen Fähigkeiten. Was sagt der Köp-Sieger 2015 vor uns? Ja, da kann mein Papa mit dir auch ein bisschen reden. Die macht das schon. Ja, stösse ich einfach. Das ist doch so. Ich habe so 700 Kilo. Ich stehe da oben. Wieso? Du hast ja stossen. Sechs. 700 Kilo Kampfgewicht. Das ist doch so schöne Summe, die wir im Bus sind. Ähm. Das Problem war einfach. Die Scheisskühe hat einfach immer FC Basel vor uns gesagt. Die Kühe hat eine geballte Ladung. Fussball-Sache verstanden. Das ist sehr schwierig zu tun. Schau mal hier. Er hat mir angelegt. Schau mal hier. Wir machen den Film. Warte, lieber sie mal. Sie braucht, glaube ich, gerade drühe. Sie will zu dem Basler fahren noch? Sie muss Mette, sie haben fahren noch. Und da hätten wir halt intervenieren. Komm. Ah, lecker, lecker, servo, là. Mmh, Anastasia. Ja, das ist ganz eine ewige, gebige Kühe. Aber die Gesellen, die man mit dieser Ärztein arbeiten wollte, haben auch wahrscheinlich noch nie gross mit Kühen gearbeitet. Die Maschine hier. Possible PS, oder? Wie geht's? Das war die Motto nassig. Das ist eigentlich doch die da lockerweise angeschränkte Anastasia. Sag. Ich weiss nicht, ob die Kühe dumm waren. Oder ob einfach wir nicht die richtige Mittel konnten. Aber das ist eine Idee. Ich nehme mir gleich einen Aplicos-Schnaps. So für das Anlöcke. Sie haben ja das gewählte Ausgaben. Hm. Ist das da? Ja, nein, nein. Ist das sehr gut. Ist das ein Schnaps? Was ist das denn? Was ist das denn? Geht's ein bisschen? Nicht, dass ich Angst habe vor der Kühe. Aber, ich provoziere mich auch nicht. Das ist passiert. Ich hatte nur ein Hüren glücklich. Achtung! 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 Wir hatten bereits den ganzen Tag noch ein Mal filmiert. M presidential Halbzertrampele und Fetzen gemacht. Die Kühe noch hier dort aufeinander. Ich bin nicht so begeistert von der ganzen Geschichte. Ah ja. Ja. Was? Ich dachte, da vorne wachsen. Ja, das können wir eigentlich schon mal probieren. Hier innen, das Püri, das Basket hat auch der Einfall geholt. Also die, die nicht einfach da vorne wachsen. Gigantisch. Also, ich glaube, ich habe ihn wirklich doktoriert einmal an der ETH. Das wäre mir jetzt nie ein Zeichen. Jawohl. Tipptopp. FC Sion, Köpsicher, 2,9 und 15. Ja. Du kannst gleich ins Spiel gehen. Du kannst gleich das Spiel gehen. FC Sion, Köpsicher, 2,9 und 15. Ja. Super, genau. Du hast heute gesehen. Ja, ja, ja. Das ist mein Baby.